Juli Schlemm, geboren im Jahr 1850 in Berlin, gestorben im Jahr 1944 in Berlin. Das erste Wörterbuch der Vorgeschichte Die autodidaktische Archäologin schrieb 1908 im Alleingang das erste Wörterbuch zur Vorgeschichte, eine fast 700 Seiten lange und mit 2000 selbstgezeichneten Abbildungen versehene enzyklopädische Sammlung von Objekten und Funden. Hubert Schmitt schreibt in seiner Rezension, Zitat, Ein vortreffliches Nachschlagebuch, ein unentbehrliches Handbuch, das mit seiner literarischen Fundgrube einem jeden Prähistoriker willkommen sein wird. Zitat Ende. Es folgt eine Bildbeschreibung. Zu sehen ist der Prospekt, mit dem der Verlag das Wörterbuch bewarb. Das Digitalisat stammt aus dem Projekt Akte Eicher. Juli Schlemms Wörterbuch war ein Versuch, mit der großen Menge der Funde umzugehen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert vorlagen. Es wurde zunehmend schwieriger, das Feld der prähistorischen Archäologie zu überblicken. Juli Schlemm hatte das aus eigener leidvoller Erfahrung erkannt. Das, Zitat, Es großer Ausdauer und vieler Mühen bedarf, die weit verstreute Literatur zusammenzusuchen, um über die zahlreichen Formen der Gebrauchs- und Schmuckgegenstände vergangener Zeiten, über ihre mannigfaltigen Varianten, über Herkunft, Fundumstände und Zeit derselben Auskunft zu erlangen. Zitat Ende Schrieb sie im Vorwort. Juli Schlemm und die BGA EU Die renommierte Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte war Juli Schlemms wissenschaftlicher Heimat. Hier hatte sie sich, wie schon ihr Vater, engagiert, bevor sie 1893 als Mitglied aufgenommen wurde. 1909 wurde sie zum immerwährenden Mitglied ernannt. Sie nutzte die Bibliothek der BGA EU für ihre Recherchen, kümmerte sich selbst aber auch darum, dass deren Bestände wuchsen, z.B. durch Nachlässe von Mitgliedern oder durch eigene Schenkungen von Literatur und Fotografie. Wie viele Mitglieder der BGA EU in dieser Phase, in der sich die Fächer gerade erst voneinander abzugrenzen begannen, hatte Schlemm sowohl vorgeschichtliche als auch volkskundliche Interessen. Juli Schlemm war ungemein fleißig. Sie reiste, rezensierte, berichtete, sie kopierte und fotografierte. Sie zeichnete, nicht nur für ihre eigenen Veröffentlichungen, sondern auch für andere Forscher, archäologisches und volkskundliches. Dabei galt sie als sehr fachkundig. Ab 1909 betreute sie die Typenkarten der Prähistorischen Sammlung des Museums für Völkerkunde in Berlin und war Mitglied in deren Sachverständigenkommission. Sie hatte auch ein wichtiges Amt im Verein der Sammlung für deutsche Volkskunde in Berlin inne. Die Autodidaktin Juli Schlemm hatte sich ihre Kenntnisse in der Prähistorischen Archäologie selbst erarbeitet. Aus ihrer Notizensammlung entstand das Wörterbuch. Zitat Von der Fachwelt wurde das Buch sehr gut rezensiert und auch international zitiert. Dennoch sind das Handbuch und seine Autoren heute weitgehend vergessen. Nur wenige Jahre später begann die Epoche der großen mehrbändigen Nachschlagewerke, die zunächst von akademisch ausgebildeten Männern verfasst wurden. Juli Schlemm entstammte einer wohlhabenden bürgerlichen Familie aus Berlin, die ein großes Interesse für Volkskunde, Anthropologie und Vorgeschichte pflegte. Sie war finanziell unabhängig, konnte sich Reisen ebenso leisten wie ihre private Forschung und die ehrenamtliche Betätigung in Fachgesellschaften. Es folgt eine Bildbeschreibung. Zu sehen ist ein Gruppenbild. Die Bildunterschrift lautet Juli Schlemm im Gruppenbild der Tagung der Anthropologischen Gesellschaft in Heilbronn 1911. Schlemm ist als Nummer 10 markiert. Bisher ist nur dieses eine Foto von ihr bekannt.